Ich bin Geigenlehrerin und Musiker in Niesgau und heute habe ich bei mir hier die Jana. Hallo. Hallo. Sag mal, wie lange spielst du jetzt eigentlich schon Geige? Ich spiele drei Jahre mehr Geige. Erst drei Jahre. Du bist schon so toll. Ja. Oh, was ist dein Geheimnis? Du bist schon so toll geworden bis zu kurzer Zeit. Weil du es viel üben. Ah, macht dir das Spaß? Ja. Das finde ich toll. Ich habe auch immer sehr viel Freude mit dir, wenn du dann in die Stunde überhaupt so gut geübt hast. Und was gefällt dir daran, Geige zu spielen? Dass man verschiedene Stücke spielen kann. Langsame Schwelle, Traurige, Fröhliche. Ja, das stimmt. Das macht mir auch immer voll die Freude an der Geige. Findest du auch andere Kinder sollten Geige lernen? Ja. Finde ich auch. Ich weiß an der Geige auch besonders zu schätzen, dass man damit so viele verschiedene Stile spielen kann. Egal, ob das jetzt Klassik ist. Oder zum Beispiel Jazzgeige. Oder auch im großen Sinfonieorchester Filmmusik wie von Harry Potter. Wenn du auch Lust hast, Musik so vielfältig zu erforschen, dann freuen wir uns auf dich am Musikum Pinska. Also, ich weiß nicht, dass wir uns auf die Grundsch filme holen. Und das ist ein ganzes Spiel. Und das ist ein sehr schönes Spiel. Und das ist ein ganzes Spiel. Und das ist ein ganzes Spiel. Also, ich hoffe, das ist ein vieles Spiel.